In Prock wird der rote Teppich ausgerollt und diesmal für die Music Night, denn ab heuer heißt es wieder feiern in 15 Lokalen mit 15 Bands. Tolle Bands, alle Geschmacksrichtungen sind abgedeckt und wir sehen es ja, dass das eigentlich auch von den Procker und Prokurieren sehr wahrgenommen wird und Sie sehen ja die Stimmung, die ist weltklasse. Die Stimmung ist wirklich gut und toll ist auch, dass es die Music Night heuer erstmals bei freiem Eintritt gibt. Das ist kostenlos, das war uns ein großes Anliegen. Die letzten Music Night waren immer mit Eintritt und hier und her, mit Türsteher und wir haben gesagt, wir machen das unbedingt im Prinzip kostenfrei. Es soll wirklich der Start und einen Ansturm von Leuten geben und das hat auch funktioniert. Egal ob man von Lokal zu Lokal zieht oder sich ein Platz an der Bar sichert und die Musik genießt. Die Brücker nehmen die Veranstaltung gut an und hoffen natürlich auf eine Fortführung. Das werden wir jetzt wieder fortführen. Nächstes Jahr ist schon wieder geplant, im Herbst und im Frühjahr und dann schauen wir heute mit 15 Lokalen, 15 Bands. Wir haben gar nicht gewusst, dass so viel noch los ist. Wir haben 15 Lokale in Brück an der Mur. Also in Brück ist schon was los, so ist es nicht. Musik Musik